Ja, also das, was jetzt folgt, das kannst du wirklich keinem erzählen. Das Video, was ihr heute seht, das baut auf dem Video von gestern auf. Und es ist wahrscheinlich in seiner Wichtigkeit, in seiner Eindringlichkeit, nochmal dreimal so wichtig, wie die Meldung von gestern. Was sich diese Woche entwickelt hat zwischen Ripple und der Sack. Wir haben ja gestern schon ein Video gemacht, Freunde. Und ja, die Sack organisiert gerade ihr eigenes Begräbnis. Abfahrt. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Erstmal Moinsenmeister und Meisterin und was geht? Kryptogang. Freunde, wir haben ja gestern ein Video gemacht zu Ripple und der Sack. Folgende Situation, die jetzt gerade stattfindet, ist. Ripple-Anwälte haben eine brutal gute Strategie entwickelt und haben mit einfachsten Mitteln einfach mal einen Antrag bei dem Gericht gestellt, auf Einsicht in den Dokumenten von der Sack. Ob es intern bei der Sack eventuell Mitarbeiter gibt, die in dem Zeitraum, wo man Ripple ja schon vorwirft, ein Wertpapier zu sein. Ob es da, wie gesagt, intern Mitarbeiter gibt, die eventuell in dem Zeitraum mit XRP gehandelt haben oder XRP besitzen. Und wenn die XRP besitzen, dann wahrscheinlich in höheren Dimensionen, weil man ja weiß, was aufgrund dieses Gerichtsstreit preistechnisch passiert. Das konnte man ja vorhersehen. Und selbst wenn sie währenddessen XRP gekauft haben, ist die ganze Sache noch so schlimmer. Darauf baut dieses heutige Video auf. Was jetzt los ist, das ist wirklich, das kannst du nicht fassen. Die schlagen eigenhändig den Nagel in ihren eigenen Sarg. Ich sag mal so, es wurde etwas geleakt. Eine E-Mail von der Sack. Ja und jetzt, Freunde, ist dieser dicke Haufen Kot unfassbar übelt und stinkend am Dampfen. Denn diese geleakte E-Mail beweist jetzt, dass die Sack niemals und zu keinem Zeitpunkt jemals intern Regelungen getroffen hat oder hätte, was den Umgang und den Besitz von XRP angeht. So, Zitat. Unser Ethik-Büro verfügt über die Liste der verbotenen Bestände, die sich auf Wertpapiere bezieht. Bitcoin, Ethereum und XRP sind nie auf dieser Liste aufgetaucht. Halten wir erstmal fest. Jetzt fragen sich vielleicht einige, ja gut, was ist jetzt an dieser E-Mail so dramatisch? Ja, kurz und offen gesagt, die Sack hat es über die Jahre und immer, zu keinem Zeitpunkt wäre es anders gewesen, ihren Mitarbeitern erlaubt, XRP zu besitzen und zu handeln. Hat dann aber nach Jahren, wo nie und niemals die Sprache von XRP war, es war nie eine Rede von XRP. Wertpapier hier und da, Blatt nachruf, Zucker, Bitaras, Blatt. Es war nie die Sprache von XRP, okay, das ist eine ganz wichtige Message, deswegen fuchtel ich hier gerade so geisteskrank rum mit der Bärchentaste, die am Start ist. Also nie war XRP Thema. Und nach Jahren der Billigung von internem XRP-Handel der eigenen Mitarbeiter und Belegschaft fängt man einen 1,3 Milliarden Dollar schweren Gerichtsstreit an. Ich sag mal so, Aua. Dazu kommt noch obendrauf, dass man jetzt festgestellt hat, dass die Sack hier eigenmächtig Gesetze übergangen und geändert hat und damit absolut ihre eigene Kompetenz übersteigt. Es gibt nämlich da so ein Gesetz in den USA aus dem Jahre festhalten, 1933 und ja, das ist sehr, sehr lange her. Das spielt aber keine Rolle, denn dieses Gesetz wurde nie geändert und ist tatsächlich de facto heute noch rechtskräftig gültig. In diesem Gesetz steht drin, dass die Sack, ja genau diese Sack, über die wir hier reden, auf die Regulierung von allem und jedem, was mit Aktien zu tun hat, beschränkt ist. Aktien, Kryptowährung gleich nicht Aktien. Jetzt muss man dazu sagen, 1933 gab es natürlich keine Kryptowährung, aber Freunde, es ist so einfach wie lustig. Gesetz ist Gesetz und das sieht auch das Gericht so. Um überhaupt die Befugnis haben zu dürfen, dieses Gesetz zu ändern oder ändern zu können, hätte die Sack erst über einen Kongress abstimmen lassen müssen, ob man das in das neue Gesetz mit einfügt. Also ob man dieses alte geltende Gesetz aus 1933 erweitert und die, wie nennt man das, die Handlungsbefugnis der Sack ab jetzt dann auch im Gesetz verankert auf Kryptowährung anwendbar ist. Das haben sie aber nicht getan. Und jetzt steht ein ganz, ganz übler und ein wirklich, wirklich übler Vorwurf im Raum. Nicht nur, dass die Sack geltende Gesetze gebrochen hat oder dass man es intern billigt und erlaubt, mit XRP zu handeln. Nein, die Pointe ist das Riesenproblem und haut einen wirklich aus den Socken. Mit diesem ganzen Streit, den die Sack hier angefangen hat und damit erhebliche Konsequenzen für XRP billigend in Kauf genommen hat, hat man Kurse und demnach auch Preise beeinflusst. Manipulieren wäre jetzt ein zu weit gestreutes Wort. Also es gilt immer erst, eine Anklage ist eine Anklage, im Zweifel für den Angeklagten. Man darf der Sack rein rechtlich jetzt nicht vorwerfen, dass sie mit Absicht das manipuliert haben, aber es ist ein Fakt, als sie das alles losgetreten haben, wusste man im Vorhinein, was das für Konsequenzen für das Unternehmen Ripple und der Kryptowährung XRP und auch den Käufern, was das für eine Konsequenz haben wird. Nämlich, dass die Preise abstürzen, dass XRP gedelistet wird auf Kryptobörsen, dass viele Anleger so gesehen ihr Geld verlieren, ja, oder dass ihr Geld nichts mehr wert ist. Das hat man damit in Kauf genommen. Das wusste man vorher, was das für ein Impact auslösen wird. Und sollte sich jetzt herausstellen, aufbauend auf dem Video, was wir von gestern gemacht haben, dass auch nur ein einziger Mitarbeiter, der Sack, intern, XRP besitzt oder handelt, dann war das Insiderhandel. Die haben Millionen gemacht. Den Markt manipuliert für die eigene Tasche. Kann man sich jetzt eigentlich ausmalen, wie brutal das ist? Sind die denn wirklich so behindert, muss man schon fast sagen? Freunde, ich glaube, ihr merkt schon, wenn ihr meiner aufgeregten Euphorie jetzt gefolgt seid und verstanden habt, worum es hier geht, was jetzt hier für ein Vorwurf im Raum steht und was die Sack sich da jetzt geleistet und erlaubt hat, das ist jetzt ein Fakt, das ist die logische Konsequenz, sollte sich herausstellen, dass nur ein verdammter Mitarbeiter, der Sack, XRP handelt oder hält oder verkauft, einkauft, was auch immer, sich in irgendeiner Form davon bereichert und davon profitiert, dass die Kurse so abgeschissen sind, aufgrund der eingereichten Klage gegen XRP, dann war das de facto Insiderhandel. Wikileaks lässt grüßen. Das ist eine Sache von ungeahnten Ausmaß. Ganz, ganz übel. Streitwert. Wir sprechen hier immer noch von 1,3 Milliarden US-Dollar Streitwert. Unfassbare Schäden, die XRP und Ripple dadurch hinnehmen musste. Um am Ende festzustellen, dass die Sack geltende Gesetze gebrochen hat, was man ja lustigerweise erst jetzt festgestellt hat, dass man da ein geltendes Gesetz gebrochen hat und dass die Sack gar nicht befugt ist, über Kryptowährungen zu regulieren oder überhaupt über Regulation bezüglich Kryptowährungen, alles, was damit zu tun hat, überhaupt nachzudenken. Das ist einfach nicht deren Aufgabengebiet. Nicht nur das, sondern das Gesetz verbietet es denen. Die haben es einfach gemacht, ohne darüber abstimmen zu lassen, ohne dass ein Kongress davon Bescheid wusste, ohne dass das irgendwie rechtlich geprüft wurde. Na gut, aber so sind halt Behörden. Ist ja bei uns in Deutschland auch nicht anders. Ja, also holy shit, es ist übel. Es ist wirklich übel. Und das kann ja im Prinzip jetzt nur noch. Also die haben sich ja jetzt selber so dermaßen, so dermaßen ins Abseits befördert, Freunde, dass das nur noch bedeuten kann, die Sache ist durch. Die Sache ist durch. Die sind jetzt, die sind jetzt so übel in Erklärungsnot. Wie wollen die da raus? Also, dass die ein Gesetz gebrochen haben, steht fest. Aus dieser E-Mail geht hervor, dass auch de facto feststeht, dass man intern den Kauf und Handeln mit XRP gebilligt und erlaubt hat. Das ist auch schon, das ist schwarz auf weiß. Da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Es gilt jetzt nur noch, sich zu äußern, warum. Einen Gegenbeweis brauchen die gar nicht mehr liefern, weil den gibt es nicht. Es ist bewiesen. Ja, und jetzt steht halt nur noch im Raum, können wir hier über Insiderhandel sprechen? Und ja, ja, doch, also es sieht doch alles danach aus. Oder wie seht ihr das? Die Zeichen stehen dafür. Also, da hat man sich durch eventuell bewusst gedrückte Kurse und einen Imageschaden und einen kompletten Motorschaden für XRP, hat man sich bewusst wahrscheinlich daran bereichert. Und das ist eine ganz üble, eklige Geschichte. Und jetzt macht das auch Sinn, Freunde, warum die SAC dreimal dieser Aufforderung von Gerichtswegen nicht nachgekommen ist, sich dazu zu äußern. Weil die genau wissen ja, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Schicht im Schach. Die haben sich den Headshot gesetzt. Selber, ne? Die haben sich selber erschossen im Prinzip. Versteht ihr? Seid ihr genauso perplex und confused wie ich? Es ist doch Wahnsinn. Ich sag euch eine Sache, ich leg mich darauf fest. Also, wir haben ja sowieso immer gesagt, dieser Rechtsstreit, der wird positiv für Ripple ausgehen. Aber jetzt führt da, also ehrlich, ich will eure Meinung, führt da jetzt noch einen Weg dran vorbei? Okay? Safe, nein. Safe nicht. Ist durch, ist durch. Wir brauchen jetzt eigentlich, eigentlich nur noch zu warten, dass der Hammer fällt. Ne, das ist Bürokratie. Natürlich kann das jetzt noch über Wochen weitergehen, bis dann die ganzen Gerichtsprotokolle fertig sind, etc. Dass dann wirklich ein offizielles Urteil gesprochen wird. Man wird natürlich von Sack wegen noch Einspruch erheben und man wird Fristen versäumen. Und die ganzen Hinhaltetaktiken, ihr kennt den ganzen Spiel. Klar, den ganzen Spiel, man kennt den ganzen Spiel. Ja, so läuft das halt, wenn man so medial große Gerichtsprozesse hat, wo sehr, sehr viel Geld als Streitwert hinter steckt. Und jetzt, also es steht ja nicht nur im Raum, der Streitwert an sich, ja, also das war ja das, womit man XRP belastet hat, also Ripple. Das war der Streitwert für Ripple, den sie zu zahlen hätten, wenn sich jetzt rausgestellt hätte, ja gut, XRP ist ein Wertpapier. Und man hat ungerechtfertigterweise und unerlaubterweise mit Wertpapieren gehandelt, all die Jahre. Das war der Streitwert 1,3 Milliarden. Was ist denn jetzt der Streitwert, wenn sich das rausstellt, was wir jetzt gerade besprochen haben, bezüglich der Sack? Welche Strafe kriegen die denn dann? Was dürfen die denn dann blechen? Erstens, guck mal, erstens, wir brainstormen ein bisschen. Die dürfen den Image-Schaden für Ripple bezahlen. Die dürfen wahrscheinlich so einen gewissen pauschalen Anteil an dem Investor schaden, den die Investoren erlitten haben. Und da sind ja auch ein paar, einige Reiche, beispielsweise Rothschild. Also Rothschild ist in XRP investiert. Also ich weiß nicht, so Federal Reserve Bank mäßig, was die für Anwälte haben, keine Ahnung. Die klagen die Sack in Grund- und Boden-Safe. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Dann dürfen die wahrscheinlich noch eine Strafe dafür blechen, dass da Insiderhandel betrieben wurde. Dass dadurch der Markt manipuliert und gedammt wurde. Und ja, dann gibt es wahrscheinlich noch so pauschale Strafen obendrauf. Das ist eine ganz, ganz üble Nummer. Ich glaube, das geht über 1,3 Milliarden deutlich hinaus. Nur jetzt ist die Frage, da das eine Behörde ist, wer haftet dafür? Das sind doch Staatsgelder, womit solche Behörden finanziert werden. Wer haftet jetzt am Ende für diesen entstandenen Schaden? Bei der Summe, die dann entsteht. Der Steuerzahler kann ich mir nicht vorstellen. Das würde dann bedeuten, dass die Privatpersonen, die es betrifft, dafür haften. Also ich will jetzt nicht zu weit gehen. Also jetzt nur mal metaphorisch. Aber ich denke, die Selbstmordrate dürfte bald in dieser Behörde steigen. Ja, für sowas gibst du dir die Kugel. Stell dir vor, Alter, du bist eine Privatperson und kriegst auf einmal Blanko, einen Brief und ein Gerichtsurteil, dass du, sagen wir jetzt mal, Nummer Beispielsumme, dass du 2 Milliarden zu zahlen hast. Oh, that's it, Digga. Mit diesen Erkenntnissen, dass XRP Ripple definitiv diesen Gerichtsprozess jetzt gewonnen hat, das ist für mich eigentlich schon offiziell. Wir warten nur noch auf die Urteilsverkündung. Damit entlasse ich euch jetzt in den Tag, Freunde. Und ich freue mich schon wieder auf hunderte Kommentare. Ihr seid ja gestern völlig ausgerastet. Der Algo wurde übel hops genommen. Freunde, so darf das ruhig weitergehen. Und an alle, die, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren. Teil der Krypto-Gang werden Road to 10K, regenbogenfarbener Lamborghini Aventador SV mit imaginären 5000 PS unter der Haube und 27 Zylindern. Damit, wie sehen wir die 10K an? Es ist zu wild. Danke für über 900 Follower mittlerweile auf Instagram. Da steuern wir auch die 1000 an. Und wer immer an Fragerunden etc. teilnehmen will, wir posten täglich Storys, Freunde. Auch mal ein bisschen lustig und so. Einmal gerne auf Instagram folgen. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung ganz oben. Grüße gehen raus natürlich an meinen Kooperationspartner Blaze Blue Fucking Records, der uns die Anfangsmelodie für diesen Kanal zur Verfügung stellt. Ich bitte euch doch von Herzen und küsst doch euer Nacken. Wenn ihr einmal sein Spotify auscheckt, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Lasst dem Jungen ein bisschen Liebe da. Ein junger, aufschrebender Künstler. Und ansonsten würde ich sagen, danke an alle Unterstützer des Kanals. Danke an die ganze Crypto-Gang-Family. Grüße gehen raus an die Telegram-Gruppe. Und kein langes Gebabbel, der das heißt. Kein langes hier Schnacke-Kopp im Nacken oder irgendwie sowas heißt das. Keine Ahnung. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen 10.30 Uhr zu einem neuen Video. Die Sache ist wie ein Spiegel. Man sieht sich. Reing on.